Hallo, wir sind's wieder von Lolo & Lea & Family & Fun und heute machen wir einen kleinen Ausflug mit einem Auto. Jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Also erstmal muss ich dazu sagen, bevor blöde Kommentare kommen. Nein, ich habe super verhandelt. Dieses Auto habe ich so gut preisgekriegt wie in einem normalen Familienwagen. Küche und Rauner da oder irgendwie ein Vollfokus oder so. Aber, Kinder aufgepasst, jetzt müsst ihr gleich alle euren Fahrteam rufen und sagen, Papi guck mal was für ein cooles Auto. Das findet euer Papi nämlich bestimmt toll. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob Papi das toll findet oder nicht. Aber jetzt guckt mal, was wir für ein cooles Auto gekriegt haben. Hallo! Na, findet ihr das auch cool in dem Cabrio? Ja, und hier ist es gut. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen über die Insel hin und wieder. Filmen wir ein bisschen was, dann könnt ihr das auch sehen. Viel Spaß! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.